Hallo zusammen, Izzocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Verstärkung der Rebellen anzunehmen bei General Draven in Revendreth an dieser Position. Forquest war Schauerkuppe. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Forquest oder Forgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich komplette Questreihen am Stück aufgenommen habe und der Wandlung zum Erfolg der Meister von Revendreth, wo auch diese Quest dazu gehört. Außerdem habe ich in den entsprechenden Videos bei den Beschreibungen die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Questspringern oder zum gesuchten Unterweltvolk. Ja, hier war ein paar Gegner-Töttern. Ihr habt ja gesehen, ich bin in diese Luft gelaufen. Ein paar nette Spinnen. So, und hier ist wach auf mein Power-Mod. Map hatte ich ja aufgemacht, als ich in die Luft gelaufen bin. So, und jetzt fehlt noch Taktikerin Saka. Dann geht es auch dahin. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich das Software-Softwaren, was ich aufnehme oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Komme ich hier vorbei. Ja, um sich also nicht diese Mobs töten. Außer dieser hier hat mich verfolgt. Natürlich könnt ihr auch hier vorbeilaufen. Das werdet ihr vermutlich auch machen, weil der Mob, der da steht, wird man auch besiegen müssen für eine Quest. Was die Anklägerin hatte, neben diesem General. Wow, jetzt wurde es aber knapp. So, hier ist die Taktikerin Saka. Und jetzt bin ich gleich mal gespannt. Sieht gut aus. Ja, jetzt kann ich mal hier schnell durchhuspen. Bleibe ich hängen, oder? Hoffe ich hier vorbei. Dann hier in diesem Hole. Natürlich möglichst viele Mobs pullern. Hier könnt ihr entweder hier durchlaufen oder außen rum. Völlig egal. Ich nutze hier Schattenmimik. So. Quest ist abzugeben bei General Draven. In Raven Dredd. An dieser Position. Also wie gesagt, ihr könnt durchs Haus laufen oder auch seitlich vorbei. Vollkommen egal. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und gutes Gelingen. Hey, it's okay. Ende. So.